Hallo und herzlich willkommen zu Wir Probieren. Heute mit, was ist das für ein Zeug zu erinnern? Ben. Also B.N steht für Berry Energy. Ah genau, stimmt. Okay, wir haben wieder eine... Berry Energy, was steht da drauf? Ben Up Your Life. Made in Germany. Bei Berry N. Wieder eine komplette Aluflasche. Eine komplette Aluflasche, ähnlich wie schon der Ständer, den wir hatten. Und wieder Ständer auch komplett schwarz. Nur vorne das Logo, darunter die Schriftzuhe. Und oben auf dem Deckel steht auch mal Ben und Ben Up Your Life. Gibt es allerdings auch, das fand ich krass, Ben Energy, also Berry, gibt es auch im Karton. So wie diese... Du kannst ja Apfelsaft in so einem... Auch diese Weine gibt es ja auch. Ja, oder diese Weine, wo du dann zapfen kannst. Gibt es. Geil. Nette Idee. Hinten ist noch ein netter Graph drauf mit Energie pro Zeit, dass der hier natürlich auf jeden Fall viel gleichmäßiger Energie liefert als alles andere. Was haben wir noch? Lies mal bitte vor, das sind nämlich 80%... Erfrischungsgetränk mit Beerengeschmack. 80% Frucht. Und Palatinose. Das ist eine Isomalt... Also irgendein Zucker. Erhöhter Koffeingehalt, nur in begrenzten Mengen, bla bla bla. Er enthält Trauben, Acerola, Birne, Apfel, Holunderbeere, Aronia, Granatapfel, Heidelbeere, Grüntee, Guarana, Acai, Mate, Ginseng und Chizandra. Im Prinzip alles, was wir... Das ist quasi ein Mix aus allem, was wir bisher gekostet haben. Alter! Nochmal zum Mitschreiben. Traube, Acerola, Birne, Äpfel, Holunder, Aronia, Granat, Heidelbeere, Grüntee, Guarana, Acai, Mate, Ginseng und Chizandra. Das musst du nochmal... Sag das mal zehnmal schnell hintereinander. Das ist krass, was die da alles reingepumpt haben. Und zwar nicht nur in kleinen Mengen, sondern wirklich 80% von dem Volk sind nur purer Saft. Saft! Sechsmal Saft! Und riecht auch einfach nur nach Multivitamin. Du merkst halt wirklich, dass es sehr, sehr viel Verschiedenes ist. Und du könntest auch einiges davon direkt rausriechen. Von dem, was da hinten drauf steht. Ja. Hauptsächlich merke ich persönlich die Acerola. Ich merke viel Traube. Traube, Apfel. Und... Ja, die Acerola ist für mich am stärksten. Dann kommt die Traube. Das Acerola kenne ich von den Fruktivgetränken. Da gab es eine Sonderedition. Acerola, Kirsche. Okay. Ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wie Acerola riecht. Okay. Ja, probieren wir es mal. Hat übrigens auch die normalen 32 Maschinengewehre pro 100ml. Ich sag dir gleich, wonach das schmeckt. Okay. Nach Erbse. Nö. Ich finde, das schmeckt voll nach zerstampften Erbsen oder so einem Erbsenbrei. Ohne Scheiß, das schmeckt nach Erbse. Finde ich jetzt nicht. Also ich finde, im Nachgeschmack... Ja, es ist sehr stark Traube. Dann schmeckt man so ein bisschen Säure von der Aronia. Also die wir ja auch schon bei Freiwild drin hatten. Und was noch? Dann kommt die Acai. Am Ende mal wieder. Hält es auf der Zunge, nimm mal einen großen Schluck. Da muss ich einen größeren Schluck nennen. Die Acai ist unglaublich. Dieses Scheißzeug. Du kannst da eine Mühe reinkippen und es bleibt dir trotzdem auf der Zunge hängen wie ein Film. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es immer noch gut ist. Vor allem, also... Wobei, ich bin mir da etwas uneinig. Weil dieses Ding, das ist so fruchtig, das ist schon wieder fast zu fruchtig. Und jetzt kommt die Acai. Bäh! Leute, geht von dieser verfickten Acai weg! Das braucht kein Mensch, die Acai. Das ist ein Rotz. Die brauchen wir nicht. Die ist absolut unnütz. Aber, wie du gesagt hast, es ist zu viel. Es ist gut, es ist... Es ist geil. Die Geschmackskombination an sich ist nicht so wie irgendwelche anderen Multivitaminen. Es ist halt einfach ein bisschen was von allem drin, aber es klingt nicht so wirklich. Es ist total gut, aber... Gut abgestimmt aufeinander. Man meint, im Mund ist eine Geschmacksexplosion von lauter Frucht und es ist fast schon überladen. Ja. Und was danach noch drin bleibt, ist eben der Scheiß Acai. Acai. Ja, es ist trocken auf der Zunge, leicht bitter. Scheiß Acai. Wir hatten es ja schon oft genug bewiesen, dass Acai rausgehört. Egal, wo es drin ist. Gehört nicht rein. Ja. Aber ansonsten, designtechnisch gut. Preisleistung, was kostet denn der Spaß? Bin ich überfragt. Habe ich nämlich gratis abgestaubt. Allerdings... Kleiner Abzieher. Aber es ist nicht so, dass wir sagen würden, schlecht. Ganz im Gegenteil. Nee, schlecht ist es nicht. Gerade auch mit Acai gibt es wesentlich Schlimmeres. Ja. Und wer mal wirklich die absolute Explosion in der Fresse haben will, muss ich die auf jeden Fall mal holen. Was auch am Ende dieses Trockene sein könnte und das auch nochmal unterstützt, ist der Ginseng wahrscheinlich. Und auch der Grüntee. Ja, auch noch. Also am Anfang... Was kommt als erstes, was hängt in der Mitte zwischen den Zähnen und was bleibt am Ende am längsten drinnen hängen? Und davon haben sie von jedem eigentlich das genommen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Weil gerade so die Traube und die Acerola ist das, was am Anfang bis geschmatcht. Ja, dann kommt tatsächlich... Plurt. Ja, dann geht es weiter. Dann geht es weiter mit den Äpfeln und Holunder. Am Ende kommt Aronia. Kurz vor dem Ende kommt noch die Mate. Genau, kurz vor dem Ende kommt die Mate. Und dann zum Schluss... Heidbeere kann man auch irgendwo drinnen rumschmecken. Sag mal, es stimmt schon. Jeder hat so seinen Peak in dieser Kurve. Und danach, zum Schluss, bleibt nichts anderes übrig wie Grüntee und Acai. Ja. Also ist wirklich interessant. Sollte man wirklich mal probiert haben. Also es ist echt so faszinierend, dass man es sich echt mal holen sollte. Wenn man mal die Finger dran kriegt. Wo hattest du das dann abgestaubt? Witzigerweise im Fitnessstudio. Auch nicht schlecht. Im Fitnessstudio. Ja, im Fitnessstudio. Lustig. Das ist... Irgendwie ist das so anscheinend so ein neues Sportler-Ding. Also natürlich auch mit... Also extra gehypt und alles Mögliche. Und alles Mögliche. Und besonders gesund und alles. Aber ist nicht schlecht, wie gesagt. Also kann man sich echt mal holen. Greift mal zu, wenn ihr ihn seht. Und lasst euch die Fresse explodieren. Das ist echt unser Tipp. Schlechthin, was das angeht. In diesem Sinne. Adios. Oof. Bis zum nächsten Mal.